Das nächste Gedicht ist wieder von Ahmed Ziani. Und das ist ein Gedicht, nicht untypisch für Ahmed Ziani, im Sinne, dass es ein Liebesgedicht ist, aber dass man nicht ganz genau weiß, wer die Geliebte ist. Ist es eine Frau? Ist es die Freiheit? Ist es das Land? Ein Gespräch. Das hier übrigens, muss ich sagen, das spielt alles in der größten Stadt im Riff, Nador. Also das ist wichtig, um überhaupt zu verstehen, worüber sich das handelt. Khalid? Ja. Na disappear, deshalb ist das Name doinmand und besser. Das ist das Gleiche, wo ich bin. Sie sind wenigstens. Sie können es manche flessern, manche Lauf. Sie können es nicht so weit helfen. Sie können es nicht so weit helfen. Sie können es nicht so weitfl pega. Sie wollen das Boot und die Weltkriegeln. Sie wollen die Freude und die Kultur. Sie pourrappen die Weltkrieg auf der Höhe. Sie können es nicht so weit 삼ke. Sie können es mal verlaufen. Ich will das nicht mehr so sagen, es geht auch mit einem Ausbeißen, bis man die Leute ausweissern. Ich sage, ich will das nicht mehr so sagen. Es geht auch zum Beispiel. Ich will das nicht mehr so sagen, und ich will das nicht mehr so sagen. Ich meine, das ist ein Schafiher. Ich würde es ausfüllen. Er war in Kasach. Er war in Terror und League- Belgium. Ein Gespräch Am hellen Tag ging ich ihn aus und nahm den Weg in Richtung Nador und genoss die frische Brise. In Gedanken tief versunken, setzte ich mich schließlich hin. Ich saß neben einem Hause und dort schlummerte ich ein, bis ich irgendwas bemerkte, das mich rief. Ich hörte zu, hob die Augen und ich schaute um mich rum und sah den Vollmond, der in einem Hause wohnte. Sie sagte mir, woher kommst du denn? Ich kenne dich nicht. Ich sagte ihr, nicht weit von hier, ganz aus der Nähe und nach weiten Wanderungen kam ich hierher, damit du mir aus der Hand zu trinken gibst. Ich trank schon aus vielen Händen, aber immer blieb der Durst. Leider kann ich nicht, so sagt sie, denn ich habe vor den Leuten Angst. Sie lästern, würden sagen, sie geht raus, hält sich mit Leuten auf, die nicht zu uns gehören. Ich sagte, deinen Namen ist es, den ich suche. Fehlt der Mut dir? Komm hier runter und du kriegst was. Sie lächelte wie Spiegelglanz. Ich gab mein Herz. Mit ihren Wimpern hob sie's auf und sagte, hinter einem Zaun bin ich gefangen. Wenn du kannst, entferne ihn. Der Weg zu mir ist eine Steigung. Wenn du kannst, besteige sie. Das Leben sollte nach mir suchen. Ich kann selbst nicht zu ihm kommen. Ich sagte ihr, ich werde dich suchen, jeden Tag. Du, die die Sonne, die der Schatten bist. Du, die dem nackten Leib zur Decke bist. Du, die du das Leben bist. Du, die du die Freiheit bist. Wer dich nicht kennt, ist nicht am Leben. Das Leben, in dem du nicht bist, hätte es besser nicht gegeben.